Komm, mehr Fossilien bitte. Okay, dauert noch einen Moment, dann machen wir noch ein bisschen genetische Forschung. 50, yes. Okay, und das neue Stuff. Da, Extract, T-Rex, Extract. Wir können den Ertrag natürlich noch ein bisschen hochschrauben, vielleicht. Ah, der läuft noch, dort. So, DNA extrahieren, Cory ist voll. Okay, da müssen wir leider verkaufen. Verkaufen. Alright, mehr genetische Forschung bitte. Hatten wir das nicht gerade erforscht? Ah, es ist 2-0, okay. 5 sogar, alter. Na gut, was geht hier? Nix, Forschungsteam 3 lässt sich nicht ohne weiteres freischalten. Ja, intuitives Lernen, sehr schön. Dann, immer Rinde mit, so. Gehirnalterung. Oh Mann, das ist natürlich echt Forschungsspaß vom Allerfeinsten. Immunreaktion, ja doch, das müssen wir alles da rein smashen. Das könnte tatsächlich eine Weile dauern. Forschung abgeschlossen, okay. Das habe ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es so viele Ebenen gab. Ganz bescheiden. Aber macht ja nichts. Nicht schlimm. Hauptsache, die Forschungsteams arbeiten Tag und Nacht an allem. Dann ist nämlich gut. Und auch hier, bisschen mehr Trag extra hier, T-Rex. Und verkaufe Platin. Achso, die anderen müssen auch gleich zurückkommen. Ja. Na, dauert noch einen Moment, na gut. Dann gehen wir hier nochmal ran. T-Rex. Mehr Forschung. Wow. Great. Na, wo bleibt das Team? Wie weit sind wir mit dem T-Rex? 34 Prozent, okay. Oh. Da haben wir neuen Stuff. So, Europhallus. Und verkaufe. Und verkaufe. Uff, die genetische Forschung. Sicker Scheiß. Äh, ja, zwei Minuten und hier weitermache. Wartet auf Ankunft des Dinosauriers. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber wenn wir auf 100 Prozent sind, hat sich das Ganze hier mit Sicherheit erübrigt. Und wir machen noch gewinnen. Also, alles cool. Allerdings könnte ich hier die ganze Zeit im Forschungszentrum bleiben, so wie es aussieht. Äh, ja, zwei von fünf. Lol. Äh, irgendwie schon. Wo konnte man den Ertrag plus draufsetzen im Expeditionszentrum? Grabungsertrag. Wertvolle Metallen und Mineralien zu finden um 10 Prozent erhöht. Ah, wenn wir Geldprobleme haben, beziehungsweise wenn wir soweit durch sind, machen wir das. Was war hier das zweite? Inventar, Platz. Okay, das brauchen wir nicht, weil so schnell sind wir nicht unterwegs. Ne? Darf ich jetzt einfach mal so. Okay. Ja, das passt. Das passt. Alles schön. Erstmal. Abwarte. Abwarten. Das mit der Vielfalt geht mir ein bisschen auf den Sack, ja. So, was wir hier auf jeden Fall jetzt nicht mehr brauchen, ist das Tempo, sondern wir sollten gucken, dass wir die Erfolgsrate hochsetzen. Äh, Erfolgsrate 2,0, 20. Das sind dann 60 Prozent. Das reicht bei weitem nicht. Deswegen müssen wir erstmal die Fossilien noch komplett extracten. Verkaufe. Ja, wir haben auch wieder was erforscht. Hey. Nächste. Das da. Zwei von drei. Weee. Und hier ist noch mehr Stuff. Gut, 77 Prozent ist auch schön. Auch natürlich noch ein bisschen mehr, aber nicht viel. Zack. Bam. Kanada allergelutscht. Und da haben wir wieder was erforscht. Gerade im Augewinkel gesehen, sozusagen. Mhm. Forschung abgeschlossen. Great. So. Damit können wir die Dinos auf jeden Fall noch ein bisschen hochpushen. Sehr schön. Ich brauche mich gar nicht um den Park zu kümmern. Eigentlich geht es hier nur hin und her, ne. Die ganze Zeit. T-Rex 64 Prozent. Frenchman-Formation dauert einen Moment. Und ja, okay, doch. Können nochmal ein bisschen nach den Dinos gucken. Beziehungsweise vielleicht mit dem Ranger-Team nochmal was machen. Jo, war ja klar. Yes. Can do. Okay. Schutzraum. Nee. Yay. Ah, das hält sich alles extrem in Grenzen. Läuft. Schöner Park und so. Stressfrei bis jetzt. Sag ich jetzt einfach mal. So. Weniger als eine Minute verbleiben. Und zwar überall. Okay. Jampen wir doch direkt mal da rein. Was war das überhaupt? Schneller Stoffwechsel. Die Lebenserwartung erhöht. Great. Lebenserwartung erhöhen ist immer gut. So, dann geht's hier weiter gleich. Und jetzt geht's hier weiter gleich. 125.000. Jetzt wird's natürlich teurer. Deutlich. Wir brauchen mehr Geld jetzt. Ja. Müssten jetzt aber auch jeden Moment zurückkommen. Jo. Okay, dann extrahieren wir erst mal noch ein bisschen T-Rex-Spaß hier. Was ist das? Keine DNA. Verkaufen. Gold. Good old gold. Okay. Wo bleibt der andere? Direkt wieder losgeschickt. Extrahieren. Extrahieren. Yay. Und 900.000. Alles klar. So, 1, 2. Das waren jetzt schon mal 250.000, die jetzt hier weggehen. Aber was muss, das muss. Die Dino-Bewerdung ist voll für der Anus. Aber komplett. Die Sichtbarkeit ist 100%. Das ist schön. Komm schon. Was dauert lang? Hm. Was geht ab? SGS. Sieht man das Alter eigentlich schon? Nein. Stoffwechsel. Farnvergiftung. Immun gegen Erkältung. Natürlich. Ob das eine Anspielung auf Jurassic Park ist? Den ersten Film. Ich glaube schon. Erkältung und so. Okay, das ist echt ein schwacher Park. Warte. Naja, das war mir klar. Das war mir so klar. Ah. Und tschüss, Geld. Bye. Okay, das ist gleich fertig alles. Ist schön. Expedition auch bald durch. Poritosaurier und T-Rex. Brachiosaurier. Ja, wir haben hier wirklich nur die Ausgrabungsstätten auch von den Dinosauriern, die wir tatsächlich haben. Zumindest aktuell. Sinoceratops. Stegosaurus. Okay, die kommen jetzt gleich da raus. Zack. Und Bäm. Komm. Bäm. 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 Na, nicht Bäm. Na, jetzt. Da müssen wir ran. Jetzt schauen wir mal. T-Rex müsste ja dann... Ne, ist einfach nur leer gelutscht. Ah, verkaufen. Und verkaufen. Und dann... Nochmal losschicken. Quasi hier. T-Rex. Mioink. Jetzt haben wir da. Abgeschlossen. Keine neuen Fossilien entdeckt. Gut. Ja, ja, ja. Das ist natürlich jetzt... Was kostet es? 250.000. Ja, lutsch mich. Wo, wo in dem Po? Das ist zu wenig. Viel zu wenig. Hm. Was ist Spaß? Andererseits... Wie viel von dem... Euro-Fallos haben wir jetzt 81%? Puh. Na gut. Wenn ich jetzt anfange, den zu modifizieren, dann geht das aber ganz schön runter, ne? Was sind das denn? T-Rex. Wow, wow, wow. Moment mal. So haben wir nicht gewettet. Modifizieren. 62. Wie viel muss er haben? 65. Alles klar. Dinosaurier ausbrühen. Genom modifizieren. 64. Schneller Stoffwechsel. Reißt allerdings die Lebensfähigkeit verdammt runter. Das auch. Habitat. Da haben wir nix. Ah, shiit. Socializing haben wir nix. Ah, 64. Schneller Stoffwechsel. Was anderes bleibt uns, glaube ich, gar nicht übrig. Ja. Also, what to do? Außer schneller Stoffwechsel. Lebenserwartung. 74% Lebensfähigkeit. Wir können mit 60% auf 40% Lebensfähigkeit herunterpimmeln. So ist die Lebenserwartung natürlich höher. 57%. Uncool. Äh, starke Heilung. Gehirnalterung. Zähigkeit der Haut. Zähigkeit der Haut. Gut. Das bringt die Lebenserwartung nicht nach oben. Außer die Gehirnalterung. Ja, okay. Cool. Den können wir jetzt ausbrühen. 400.000. Well. Fuck. Ausbrühen. So haben wir nämlich 63 plus 60. Hätte auf 40 runtergehen können. Nicht auf 60. Ah, das war ein Denkfehler. Na gut. Den hauen wir auf jeden Fall noch raus. Den Sack. Hoffentlich. Und trotzdem machen wir hier weiter. T-Rex. Extractsome. Sell some. Und Extract. Extract. Sell. Joink. Und natürlich. Mehr Expeditions. Joink. Joink. Ingen. I don't care. So. 700.000. Dann können wir noch ein bisschen was in die genetische Forschung stecken. 800.000. Das ist alles zwei von drei. Okay. Das und das. Okay. Super. Jetzt hoffe ich, dass der da in seinem Habitat dann auch klarkommt. Aber wahrscheinlich schon. Nur bei den Stegos mache ich mir noch ein bisschen Gedanken. Obwohl die sind am engsten und das funktioniert. Sehr schön. Okay. Dann läuft das. T-Rex Genome. T-Rex züchten. Wird wahrscheinlich eine der Aufgaben hier werden. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ganz. Aber das tue ich nie. Niemals. Ne? Fail. Ja. Okay. Generelle Bewertung. Sucks dick. Aber das war ja klar. Ich denke nur die neuen Dinos werden jetzt vielleicht ein bisschen geilere Wertung uns bringen. Die Sinoceratopsis. S-S-S-S-S-S. Ah. Noch ist mit dem Bestand okay. Noch müssen wir nichts umziehen. Selbst wenn die jetzt da zukommen. Müsste das gehen. Wenn die denn hiermit klarkommen. Das ist ja die Frage. Kommt ihr bald zurück? Nein. Gut. Verdammt. Warum dauern das so lang? Oh Mann. Der ist bald fertig. Auf den bin ich ja mal gespannt. Obwohl ich mir nicht sicher bin ob wir den schon mal hatten. Aber hier hatten wir ihn zumindest noch nicht. Paläontologie FTV. Ah. Da kommen sie zurück. Flop. Haben sie irgendwas reingepusht gerade. Was ist das? Tracks. T-Rex. Extract. Und fertig. Okay. Und verkaufen alles. Alright. So. 96%. Gehen wir da nochmal ran. Muss ja. Habt ihr gar keine andere Wahl. Kiss ja. So. Untertitelung des ZDF, 2020